Ja und damit herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Origins hier bei Explorer IP und mir grault es durch diese Tür zu gehen. Wir sind in Fort Draken und es geht dem finalen Kampf entgegen. Ich befürchte fast, der fängt hinter dieser Tür an, aber das werden wir natürlich nicht rausfinden, wenn wir da nicht durchgehen und deswegen klicken wir mal und schauen, was uns auf der zweiten Etage erwartet. Eine weitere Tür. Okay. Ein bisschen Blut. Kann man gut gebrauchen oder auch nicht. Eher nicht. So, da scheint eine Treppe nach oben zu gehen und da geht es gar nicht weiter. Okay, dann haben wir nur diese eine Option. Oh je. Äh, weil wir es können. Hallo? Oh je. Oh je. Obwohl, äh, für den Bosskampf ist es hier ein bisschen klein geraten. Da geht noch eine Tür. Wir schauen erstmal oben. Keine Gegner mehr hier. Alle tot. Gut. Nur noch ein Bad nehmen. Sehr schön. Erlaubt ihr? Ich könnte das machen. Ja, dann machen wir. Okay. Tü-tü. Sonst hier oben nichts. Und Schlafgemächer. Bisschen in der Truhe. Ein Ring. Ein Eisner. Und auch hier ist wieder nichts. Das heißt, wir sollen wohl da hoch gehen. Äh, da lang. Äh, okay. Keine. Tanz für mich. Genau. Warte, ich hab Spaß hier. Hier muss ja drauf, aber ich hab noch ein bisschen mehr zu gehen. Oh, schau. Wollt ihr mich? Ja, die Heide war nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist da genug. Was ist das denn los? Der holt aber raus. So, da sind wir wieder. War auch gar nicht so schlimm. Ein Gold. Ja, ich habe jetzt vor der Folge ganz schön Pi-Gold ausgegeben. Wir haben bei dem jungen Mann quasi alle Heilverbände gekauft. Das auch? Okay. Hier geht's runter. Hier steht schon der Schleichenschmaus. Ich hoffe wir können uns näher dran labern. Nicht gewisse Herrschaften, die der dunkle Brut hergetreten sind. Noch mehr Türen. Jetzt lassen sich alle Türen öffnen. Ernsthaft? Ich werde es tun. Ich werde es tun. Ich werde es tun. Ja, das ist sehr nett und freundlich von dir, dass du es tust. Ja, ich meine. Und wie ich meine. Jo. Wo hier sonst nix? Hier kommen aber bestimmt welche. Okay, die Waffenkammer. Was denn? Oha. Noch mehr ging nicht. Noch mehr ging nicht. Woops Gut, gut. Äh, looten. Gnädige Frau, looten. Sehr schön. Sehr schön, sagt sie. Prima. Äh, was ist das? Ähm, ja. Äh, es ist doch viel zu ruhig hier. Warum geht's hier nicht weiter? Wollen wir eine Tür übersehen? Äh? War hier noch eine Tür? Yes, Sir. Was? Freunde. Das war knapp. Nicht sterben, ein kleiner Mann. Oh, die anderen sind schon tot. Wollen wir gewonnen? Keine Scheiße. Keine Mana. Jetzt haben wir wieder Mana. Die Heilung war drin. Ich schwöre, die Heilung war drin. Oh, schau. Nein, soll's? Nein, 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 nein. Habe noch mehr. Ja, wir sind nicht alle, alle verbeten. Könnt ihr da irgendein Mann mal eben umkippen? Aber ich. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ähm, hier waren wir, ne? Äh, hier kann man sich über oben schützen, ne? Nein, hier kann sie nicht. Tü-tü-tü. Da kann man nicht schützen. Das ist das. So, Alter. Durch die Tür schießen. Weiter. Verstehen. Rennig. Was machen wir? Gut, wenn diese Schurken gleich kommen, konzentriere ich mich mal auf die Heilung und hoffe, dass das dann hinhaut. Ich habe nämlich nur einen Dot, eine große Heilung und eine Gruppenheilung. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Wo kann die denn? Scheiße. Oh, das wäre abgespeichert. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Okay. Zeit mal abspeichern. Wundumschläge. Ja. Sonst noch was? Hilfenwurz. Okay. Haben wir noch nicht gelootet. Du dumme Nuss. Genau. Die nächste Tür. Oh Gott. Noch mehr Türen. Oh, oh. Ja, dann würde ich sagen. Was sagt die Karte? Ja, da wird garantiert. Da, da, da. Also wenn wir da nicht auf den Boss treffen, dann weiß ich nicht. Aber ich will den jetzt noch nicht anfangen, den Kampf. Weil wir sind erst bei 13. Oder wir sind schon bei 13 Minuten. Wie ihr meint. Wer bist du? Ja, nee, ist klar. Okay, kein Boss. Okay, wir konzentrieren uns auf die Heilung. Wo es klappt. Wo kriegst du nicht so viel Schaden? Ich meine, der haut dir instant weg. Wo rennt sie jetzt hin? Sollte sie. Bleibt gestärbt. Knapp. Wieso bremst du die nur auf sie her? Jetzt kriegst du er hier plötzlich Drescher. Wo ist denn da? Ich will dein Schecksal. Okay, morigen. Ich will dein Schecksal. Ich will dein Schecksal. So ist der da nicht schon der humor. Dämonen-Sekret, finden wir hier noch ein Buch? Es liegen so viele Bücher. Keines mehr zum Lesen. Truhen über Truhen. Gibt es den Loot nicht erst nach dem Kampf? Nach dem Bosskampf? Da ist auch ne Truhe. Und da ist ne Truhe. Okay. Äh, das war die hier. Und die. Kein gutes Zeichen. Ja. Erlaubt ihr? Ich könnte das machen. Tausend Türen, tausend Truhen. Ja, klar. Weiß schon warum wir den ganzen Scheiß jetzt geschenkt bekommen hier. Wie ihr meint. Weiß genau. Warum wir auf einmal 30.000 Bundumschläge kriegen. Und Mana Tränke. Vortrag mit zweiter Stock. Es geht nach oben. Es geht nach oben. Hallo Endboss. Wira. Wira hat's. Kommt drauf. Kommt drauf. Wir reduzieren. Wir bosen den Schiff auf den Schiff. Das ist verurendes Okay, wir können die Verstärkung hier rufen. Oh Gott. Gut, dann würde ich sagen, machen wir ja aber hier einen Cut. Weil wir sind jetzt bei 18 Minuten. Da haue ich jetzt nicht noch den Bosskampf rein. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst. Und sage Tschüss, bis demnächst. Bye, bye und ciao, ciao.